WDR 3 und WDR 5. Radio zum Mitnehmen. Lebenszeichen. Was trägt die Werte der Atheisten? Humanismus, Evolution und der Ausgang aus der eigenen Unvernunft. Von Kirsten Dietrich. Beklaue niemanden, tue niemandem weh, sei freundlich zu Menschen, das sind für mich einfach humane Werte, ganz einfach menschliche Werte. Ich bin verpflichtet, Solidarität zu üben. Und nicht nur mit den Verfolgten irgendwo fern in dieser Welt, sondern hier in diesem Land. Und das tue ich nicht, weil ich diesen Menschen, dem es schlecht geht, liebe. Ich muss ihn nicht lieben. Ich muss ihm helfen. Solidarität, Individualität, Toleranz, Selbstbestimmung, Das sind so die Kriterien. Ich glaube an die Evolution des Wissens und des Mitgefühls, der Weisheit und des Humors. Wahrheit, freundlich zu sein, pünktlich zu kommen, gegenüber allen tolerant zu sein, ohne Gewalt zu leben, Konflikte sachlich auszutragen, das sind die Werte, woran ich mich orientiere, wie ich groß geworden bin. Verschiedene Stimmen, verschiedene Wertegrundlagen, aber eine Gemeinsamkeit. Die Werte sind ohne Bezug auf irgendein höheres Wesen formuliert. Menschen lassen sich von Werten leiten. Jedenfalls da, wo ihr Handeln über bloße Notwendigkeiten wie Essen, Schlafen, Überleben hinausgeht. Der amerikanische Soziologe Clyde Clarkone schrieb Mitte des letzten Jahrhunderts, Ein Wert ist eine explizite oder implizite für das Individuum kennzeichnende oder für eine Gruppe charakteristische Konzeption des Wünschenswerten, die die Auswahl von vorhandenen Arten, Mitteln und Zielen des Handelns beeinflusst. Werte sind also nicht an sich gut. Aber natürlich orientieren sie sich an positiven Zielen, weil Menschen eben, wenn ihnen nicht alles radikal egal ist, wollen, dass es ihnen und ihren Mitmenschen gut geht. Was ist die Quelle dieser Wertvorstellungen? Noch in der jüngeren Vergangenheit schien der Fall klar. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, so heißt es in den einleitenden Worten, habe sich zum Beispiel das deutsche Volk sein Grundgesetz gegeben. Die Formulierung feiert gerade ihren 70. Geburtstag, aber während kaum einer Zweifel an der Verpflichtung auf den Menschen hat, erscheint der Gottesbezug zunehmend fragwürdig. Wo er nicht schon in der Verfassung steht, sind in den letzten Jahren alle Initiativen gescheitert, ihn nachträglich einzufügen. Zuletzt in Schleswig-Holstein. Wir sehen aber in der Sinnforschung, dass sich Sinnerfüllung leben und erleben lässt, auch ohne einen Bezug auf Religion oder Spiritualität. Das geht zum Beispiel durch eine Orientierung an Natur oder Gemeinschaft oder Wissen oder sozialem Engagement. Die Psychologin Tatjana Schnell erforscht an der Universität Innsbruck, welche Antworten Menschen auf Sinnfragen finden. In ihrer jüngsten Studie hat sie ganz ausdrücklich säkulare, also nicht religiös glaubende Menschen nach deren Werten und Weltanschauungen gefragt. Menschen, die nicht religiös sind, erleben heute nicht unbedingt eine Lücke. Es ist nicht so, dass eine große Suche auftritt, bei denen, die nicht religiös sind und sie dafür einen Ersatz brauchen würden. Doch diese Annahme ist immer noch zu hören. Eine Gesellschaft ohne Gott verlässt den Boden, auf dem Werte gedeihen können, schreibt zum Beispiel der evangelische Pfarrer und Publizist Alexander Gard und drückt damit einen Verdacht aus. Wenn jemand nicht an einen Gott glaubt, woher nimmt er oder sie dann ihre Werte? Sich nur auf die Verantwortung vor den Menschen zu beziehen, reicht das aus? Kann das ausreichen? Moritz Fröhlich versteht solche Fragen nicht, sagt er. Der Vater, Ingenieur und Lokalpolitiker bei der Linken, ist eher genervt von dieser Unterstellung. Also man könnte ja natürlich auch den Umkehrschluss ziehen. Also es gibt keine höhere Instanz. Also kann ich leben, wie ich möchte und die Sau rauslassen. Und dann geht einfach nur das rechte Stärkeren. Aber ich kenne keinen, der das macht. Mir geht auf die Nerven Äußerungen von Politiker überhaupt, die meinen, wer keine christlichen Grundwerte hat, der hat keine vertretbaren Werte. Da werde ich richtig wütend. Für Werte braucht es keine Instanz, die außerhalb steht. Kein höheres Wesen, sagt Rita Kuczynski. Meine Werte. Woher kommen meine Werte? Ich lebe innerhalb eines bestimmten Sozialsystems und versuchen, ein anständiger Mensch zu sein. Werte ohne Gott sind gar nicht so einfach zu formulieren. Jedenfalls, wenn man auf die Abgrenzung zur Religion verzichtet, wenn man sie positiv fassen will. Schon in den Begriffen für eine säkulare Haltung zur Welt steckt das ohne, atheistisch, agnostisch, konfessionslos, religionsfrei, überall der Gottesglaube als negative Folie. Dazu kommt, säkulare Menschen verspüren wenig Drang, sich als Gruppe ins Vereinsregister eintragen zu lassen. Natürlich, es gibt die Giordano Bruno Stiftung. Gerade schickt sie einen Bus durch die Republik, um angesichts von 70 Jahren Grundgesetz gegen mangelnde Trennung von Kirche und Staat zu protestieren. Die Stiftung versteht sich selber als eine Art Think Tank für Atheismus und aufklärerisches Denken. Eine Massenbewegung ist sie nicht. Auch bei anderen Gemeinschaften sind die Mitgliederzahlen niedrig. Der Humanistische Verband Deutschland als größte Organisation hat gut 20.000 Mitglieder. Säkulare Menschen haben offenkundig wenig Bedürfnis, ihre Weltanschauung zu organisieren. Vor allem, wenn sie, wie im Osten Deutschlands, nicht erst durch Abgrenzung von den Kirchen gewonnen werden muss, sondern sehr selbstverständlich in der Familie weitergegeben wird. Der Atheismus hat wenig sichtbare Rituale oder Feiertage. Das wird sich sehr wahrscheinlich in Zukunft ändern, wenn weltliche Beerdigungen und auch Hochzeiten zunehmen. Bis jetzt ist die Jugendweihe das einzige nennenswert sichtbare säkulare Ritual. Jugendweihe oder auch Jugendfeier, wie sie beim Humanistischen Verband heißt, um von dem Begriff der Weihe wegzukommen, der aus DDR-Zeiten belastet ist. Die Zeit ist reich zu lernen, dass der eigene Wille wie ein Muskel trainiert werden will. Er will probiert, bewegt und ausgewählt werden, um seine eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu erfahren. Eine Zeit für Jugendliche, in die Wertegemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen zu werden. Ein gutes Drittel der Menschen in Deutschland lebt inzwischen ohne ausdrückliches religiöses Bekenntnis, Tendenz steigend. Deshalb, auch wenn die Sprache es schwer macht, auch wenn religionsfreie Menschen kaum organisiert sind, natürlich gibt es bei ihnen auch säkulare Werte, ganz positiv, ohne versteckte oder offene Verneinungen. Rita Kuczynski jedenfalls hat sich gründlich damit beschäftigt, was ihr Leben trägt. Als Philosophin, als Schriftstellerin und als Musikerin. Ja, die Musik ist mein Glaube und ist auch mein Halt, ist mein Mittelpunkt und ich lebe aus der Musik heraus und alles, was ich tue, ist in irgendeiner Weise musikalisch. Ja, also mein ganzes Philosophiestudium und Hegel und die Transzendentalphilosophie, das ist alles Musik. Das ist ein bestimmtes Tonsystem und wenn man da reinklingt, braucht man eigentlich nicht viel. Sinnstiftung durch Harmonie. Im Klang wie im Nachdenken über die Welt. Zudem stiften Alltagstätigkeiten ein sinnerfülltes Leben. Also wenn ich nichts kreiere, lebe ich nicht. Ein Tag, wo ich nichts geschrieben habe, ist ein vertrödelter Tag. Das ist ein sinnloses Leben. Ich muss immer was schreiben. Kuczynski wuchs in Ostberlin auf. Als Kind überzeugter sozialistischer Eltern. Aber dann gab es noch die Großmutter in Westberlin. Als die Mauer noch nicht zwischen Ost und West trennte, hatte Gott für die junge Rita eine klare Adresse. Also Gott gehörte in den Westen und der Nicht-Gott gehörte in den Osten. Aber außer Musik hatte ich keinen Zugang. Meine Großmutter hat mir gesagt, du musst beten. Ja, dann haben wir gebetet, aber das ging mich wirklich nichts an. Rita Kuczynski hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie säkulare Menschen ihre Werte formulieren und ihren Lebenssinn finden. In ihrem Buch »Was glaubst du eigentlich?« hat sie Konfessionslose aus Ost- und Westdeutschland nach ihren Weltanschauungen befragt. Sinn des Lebens, da antworten die Westdeutschen zuerst mal Glück, glücklich sein. Die Ostdeutschen sagen auch ich, aber die sagen es ganz leise, an zweiter Stelle mit einem schlechten Gewissen und sagen, man muss natürlich noch was für die Gemeinschaft tun und für das Wohl der Menschen. Ich glaube an mich selbst und daran, dass andere Menschen gut sein können, ein gutes Leben führen können, richtige Entscheidungen treffen können, Verantwortung tragen können, daran glaube ich. So formuliert es Katja Schäfer. Sie wurde nach der Wende als erste ehemalige DDR-Bürgerin Lehrerin für Lebenskunde, dem Werteunterricht, den der Humanistische Verband als größte religionsfreie Gemeinschaft in Berlin und Brandenburg anbietet, wo Religionsunterricht kein reguläres Schulfach ist, anders als in anderen Bundesländern. Für mich ist das eine Auffassung, dass ich auch selbst mein Leben weitestgehend bestimme, dass ich für die Entscheidung, die ich treffe, verantwortlich bin. Natürlich habe ich Werte und Normen, die im Laufe des Lebens ich halt mir angeeignet habe oder die auch halt notwendig sind, um Zusammenleben von Menschen zu ermöglichen und ein Gewissen, sage ich mal, und damit muss ich halt umgehen. Das ist eigentlich so die Verantwortung für sich zu übernehmen. Menschen mit ostdeutscher Prägung leiten ihre Wertvorstellungen vom Glauben an das Gute im Menschen ab. Die Westdeutschen beziehen sich eher auf die Kraft des Individuums. Dieses Fazit zieht Rita Kuczynski aus ihren Untersuchungen. Aber wichtiger als die Unterschiede sind die Gemeinsamkeiten. Die Sinnforscherin Tatjana Schnell hat für alle säkularen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer Studie herausgefunden, dass der von uns erfasste Humanismus, also diese Freundlichkeit und Güte und Toleranz an den Menschen gegenüber, sehr hoch ausgeprägt war bei allen, genauso wie die Verantwortungsübernahme für das eigene Leben. Das Bild, das in Tatjana Schnells Studie entsteht, widerspricht fast allen Vorurteilen von den verantwortungslosen säkularen Menschen. Wenn auch mit der kleinen Einschränkung, dass die Studie nicht repräsentativ ist und gebildete, materiell abgesicherte Menschen leicht überrepräsentiert sind. Und die Rede ist von Werten, die die Menschen für sich in Anspruch nehmen, die sie umsetzen wollen. Ob sie es immer tun, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist bei religiösen Menschen und ihren Werten genauso. Aber trotzdem, die Werte der Atheisten und Säkularen beeindrucken. Also sehr geringer Materialismus und hohe Verantwortungsübernahme und eine hohe humanistische Haltung. Meine Eltern haben mir Werte vermittelt, die sie für relevant gehalten haben, im Umgang mit anderen Menschen und im Umgang mit der Gesellschaft. Anne Kitzerow studiert Zukunftsforschung und erzählt online unter großeköpfe.de gemeinsam mit ihrem Mann vom Leben in einer Familie mit drei Kindern. Ich habe, bevor ich eigene Kinder hatte, nicht gewusst, was eine bedingungslose Liebe ausmacht. Also eine bedingungslose Liebe im Sinne von, du hast jemanden, der ist an dich gebunden. Der braucht dich auch natürlich, diese lange, lange Zeit am Anfang. Und du bist für den nochmal anders verantwortlich. Du bist nicht mehr nur für dein Handeln verantwortlich. Und ich glaube, dass das ganz viel mit den Menschen macht. Und das ist etwas, worüber ich viel nachdenke, weil ich glaube, dass dieser Gedanke, dass man überhaupt weiß von dieser Verantwortung, der macht schon ganz viel mit einem selbst. Mit den Kindern, mit dem Muttersein, haben sich ihre eigenen Wertvorstellungen noch einmal verändert, sagt Kitzerow. Ich sehe Dinge weitaus weniger, ja locker klingt komisch, aber doch, ich glaube, locker trifft es als früher. Ich bin sehr viel strenger auch mit mir selbst in meinen Werten und gehe sehr viel radikaler auch mit anderem ins Gericht. Zum Beispiel bei einer Standardsituation der ethischen Entscheidung im Alltag. Die Straße ist frei, die Fußgängerampel ist rot. Warten oder doch gehen? Anne Kitzerow wartet. Ganz unabhängig von ihr nimmt auch Moritz Fröhlich das Warten an der roten Ampel als Beispiel. Und kommt zu einer ganz anderen Abwägung. Nämlich zu einer, die Vernunftgründe und Situationsbezug stark macht. Man kann ja auch Dinge sehr orthodox sehen. Ich könnte mir jetzt sagen, Gott hat gesagt, ich darf nicht über die rote Ampel gehen. Dann habe ich jetzt diese moralische Regel, ich darf nicht über eine rote Ampel gehen. Und diese Geschichte sorgt dafür, dass ich niemals über eine rote Ampel gehe. Jetzt könnte ich natürlich die Vernunft anlegen und sagen, vielleicht gibt es ja Momente im Leben in der Wüste, wo die rote Ampel ist und ich dann vielleicht doch über diese rote Ampel gehen kann. Also das ist dann so vielleicht so dieses Ding zwischen einmal Vernunft und einmal dem religiösen Regel zu folgen, die dann orthodox ausgelegt wird. Was begründet seine Wertvorstellungen? Moritz Fröhlich kommt zu einem sehr klassischen Schluss. Ich überlege gerade, ob man Vernunft als einen Wert nennen kann. Ich glaube, man kann das relativ naiv und einfach formulieren. Also alles, was ich nicht möchte, dass mir jemand antut, möchte ich vielleicht auch nicht jemand anderem antun oder was also so als grundsätzliches moralisches Fundament. Das entspricht dem, was der Philosoph Immanuel Kant als den sogenannten kategorischen Imperativ formulierte. Das Kriterium, dem gegenüber sich ethische Ansprüche behaupten müssen. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Oder etwas salopper, was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Das haben auch die Religionen so ähnlich formuliert. Jesus ebenso wie Rabbi Hillel. Oder Dinge wie Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, all solche Dinge. Das sind ja Dinge, die erfahrt man vielleicht von anderen Leuten sich selbst gegenüber. Also sollte man sich vielleicht selber auch irgendwie an den Tag legen. Also es ist so ein, nehmen wir es vielleicht, positiven, gesunden Egoismus oder sowas. Die eine begründet ihre Werte mit der Verantwortung gegenüber den Menschen. Der andere unter Verweis auf die Vernunft. Das verdeutlicht, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Es gibt nicht die säkulare Weltanschauung. Weil es nicht sehr logisch ist zu glauben, dass alle Menschen, die nicht an einen Gott glauben, viele andere Dinge gemeinsam haben. Zentraler Teil ihrer Befragung unter säkularen Menschen, sagt die Sinnforscherin Tatjana Schnell, ist deswegen die Frage, wie würden sie sich selbst bezeichnen? Zum Beispiel Antitheistinnen, Atheistinnen, Agnostikerinnen, Humanistinnen, Freidenkerinnen, Säkulare, Religionslose. Und dann haben wir auch die Möglichkeit gegeben, noch eigene Begriffe anzugeben. Und da gab es sicher noch weitere 250 Begriffe darunter. Zum Beispiel so etwas wie Mensch oder Satanist oder ganz normal. Also eine extrem große Spannweite. Wenn Agnostiker jemand ist, der nicht weiß, ob oder ob nicht, dann bin ich ein Agnostiker. Ich würde sagen, ich bin Atheistin. Agnostiker mit Hang zum Atheismus. Ich glaube, ich bin atheistisch aufgewachsen. Also das ist das, was mich prägt und das ist die Wurzel, aus der ich komme. Ja, wie würde ich mich bezeichnen? Als Mensch würde ich mich bezeichnen. Das finde ich eigentlich allumfassend ausreichend. Diese Vielfalt in der Weltanschauung hat Auswirkungen darauf, auf welcher Basis Menschen ihre Werte bilden. Das ist ein zentrales Ergebnis der Forschung von Tatjana Schnell. Dass zum Beispiel diejenigen, die sich als Humanisten, Humanistinnen bezeichnen, auch sehr stark eben eine humanistische Haltung einnehmen, wo sie sagen, im Menschsein, da gibt es Dinge, die uns gemeinsam sind. Und dieses Menschsein, das trägt einen Wert in sich, das muss seine Werthaftigkeit nicht durch äußere oder übernatürliche Autoritäten absichern, sondern Menschsein hat einen Wert in sich, für den lohnt es sich, sich zu engagieren und aktiv zu sein. Wer in seiner Weltanschauung eher den Atheismus betont, schätzt damit natürlich den Menschen nicht gering. Aber er oder sie betont den besonderen Stellenwert von Vernunft und Fakten. Diejenigen, die sich als Atheisten bezeichnet haben, hatten ein starkes Vertrauen auf wissenschafts- und technischen Fortschritt, während diejenigen, die sich eher als Agnostikerinnen oder als Humanistinnen bezeichnet haben, ein deutlich geringeres Vertrauen in Wissenschaft und Technik berichtet haben. Das Gleiche hat sich gezeigt bei Naturalismus, also bei der Annahme, es gibt nichts, was jenseits der Naturgesetze irgendeine Erklärungskraft hat für das, was auf der Erde geschieht. Das war sehr typisch für Atheisten, aber für Agnostikerinnen und für Humanistinnen eher weniger stark ausgeprägt. Ich glaube an den Menschen, den Schöpfer der Kunst und Entdecker unbekannter Welten. Parodiert die atheistische Giordano-Bruno-Stiftung das christliche Glaubensbekenntnis und betont, ganz im Geiste des Faktenbezugs, den Stellenwert der Evolutionslehre als Unterscheidungskriterium zwischen religiösem und wissenschaftlichem Weltbild. Ich glaube an die Evolution des Wissens und des Mitgefühls, der Weisheit und des Humors. Gut, also Evolution, die gibt es halt. Also es ist ja nichts, woran man irgendwie dann glaubt oder so und sagt, Evolution ist jetzt meine Religion oder so, sondern das ist halt, ich meine, es ist eine Theorie, die das erklärt, wie wir heute dahin gekommen sind, wo wir sind. Und es ist keine Stütze für meinen, also es ist jetzt kein Wertegerüst oder irgendwas, sondern es ist einfach nur eine Erklärung, ja, es ist so, wie es jetzt ist. Wahrscheinlich könnten das auch viele religiöse Menschen so mit Moritz Fröhlich, Agnostiker mit Hang zum Atheismus, formulieren. Ganz so tief ist der garstige Graben dann doch nicht, den die Evolutionstheorie zwischen Gläubige und Nichtgläubige reißt. Jedenfalls, wenn der Glaube nicht fundamentalistisch ist. Aber wenn man den Bezug auf die Evolutionslehre versteht, als den Gedanken, auch als Menschen kein höheres Ziel zu haben, als aufzugehen im Kreise der Natur, dann liegt hier eine sehr spezifische säkulare Quelle von Trost und Sinnstiftung. Man kann sie ganz konkret erleben. Bei einem Besuch auf dem Berliner Waldfriedhof. Denn da hat der Humanistische Verband vor gut zehn Jahren einen sogenannten Bestattungshain eröffnet. Hier ist es der Natur überlassen, also nun im Wald eigentlich, hier nicht ganz. Hier müssen wir schon eine Menge tun, damit es auch so sauber bleibt. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl. Und auch von der Symbolik her, ich gehe in die Erde zurück und werde wieder eins mit der Natur. Regina Malskis hat sich in ihrer Zeit als Kulturreferentin des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg besonders um das Gräberfeld gekümmert. Rund 6000 Quadratmeter Fläche hat das Gelände, darauf 200 Birken und Kiefern, in deren Nähe Urnen bestattet werden können. Für uns Humanisten gibt es ja kein Danach, es gibt ja kein Jenseits, kein Auferstehen. Aber sich mit der Natur wieder eins zu wissen, nachher am Tod auch, ich denke, ist ein schönes Symbol. Diese Form der Bestattung geht zurück an die Wurzeln freidenkerischer Tradition. Der Wunsch, kirchliche Begräbnisvorschriften zu umgehen, war ein wichtiger Antrieb. Um die Jahrhundertwende gründeten sich Vereine wie die Freidenker für Feuerbestattung, um für die Einäscherung zu kämpfen. Eine Begräbnisform, die heute mindestens genauso selbstverständlich ist wie die Erdbestattung. Schafft hier das Leben gut und schön, kein Jenseits ist, kein Auferstehen. Denn so steht es über dem Friedhofstor des ältesten Freidenkerfriedhofs in Berlin. Sterben ist sicherlich für jeden schwer. Aber wenn man sein Leben glücklich und sinnvoll gelebt hat, denke ich für mich immer, wenn ich alles erreicht habe, was ich gerne wollte, nichts großartig bereue oder sage, ja, ich habe alle Chancen auch genutzt, dass man dann am Ende auch irgendwo lebenssatt ist und lebensvoll ist und sagt, ja, es war schön und nur ist gut, jetzt habe ich keine Energie mehr und jetzt bin ich einfach müder. Gerade in der Vergänglichkeit liegt so Trost, hat die Schriftstellerin und Philosophin Rita Kuczynski in ihren Gesprächen mit säkularen Menschen herausgefunden. Sie schreibt, Sie sprechen von ihrer Endlichkeit als Lebewesen, aber auch von ihrer Nichtigkeit in Relation zu dem allgemeinen Weltprozess. Eine Nichtigkeit, die sie nicht erschreckt, sondern eher entlastet. Denn sie sind nur Teil eines Großen und Ganzen, in das sie sich mit Vernunft und Rationalität einzuordnen suchen. Also ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als dass es weitergehen sollte. Das hoffe ich nicht. Nicht, weil das Leben schlecht war, sondern weil es so schön war und ist gut. Und es ist ja in der Natur so, alles hat mal ein Ende. Und es macht es auch so wertvoll, das Leben, denke ich. Dass es ein Ende gibt, dass es nicht endlos und ewig ist. Freunde und Familie. Am Ende sind es Freunde und Familie. Also da ich ja jetzt nicht die große Hoffnung auf das Leben danach habe, als Agnostiker mit Hand zum Atheismus, würde ich sagen, ist es in schwierigen Situationen, sagen wir ein Trauerfall oder wie auch immer Freunde, Familie und das Wissen, dass sie ja für einen da sind. Ein Drittel der Bundesdeutschen hat eine säkulare Einstellung zur Welt und lebt ohne religiösen Glauben. Die gesellschaftliche Wertegemeinschaft wird gerne beschworen, von der Politik genauso wie von Menschenrechtlerinnen und Religionsvertretern. Ist diese Wertegemeinschaft gefärbelt, wenn die Werte aus verschiedenen Quellen geschöpft werden? Nein, sagt die Sinnforscherin Tatjana Schnell. Ich habe eine Studie durchgeführt, wo ich in einer Fallanalyse eine sehr atheistische Person, einer stark religiösen, gegenübergestellt habe und allen beiden die gleichen Fragen gestellt habe. Bis auf die Frage des Glaubens an eine höhere Macht gab es tatsächlich keine Unterschiede. Es gibt auch andere Einschätzungen. Der Religionssoziologe Detlef Pollack von der Universität Münster arbeitet am sogenannten Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung mit. Diese groß angelegte Umfrage will die religiöse und weltanschauliche Situation in Deutschland und darüber hinaus abbilden. Also wir haben Befragungen, wo danach gefragt wurde, inwieweit man anderen Menschen so einfach so vertraut. Ob man der Meinung ist, eigentlich kann man zu anderen Menschen, egal wer es auch ist, erstmal Vertrauen haben. Und es ist ganz eindeutig, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Religiosität und Vertrauen in andere Menschen. Also diejenigen, die hochreligiös sind, sind deutlich vertrauensvoller, zeigen eine höhere Bereitschaft, andere Menschen zu vertrauen, als diejenigen, die religionslos sind. Sagt Detlef Pollack. Er sieht dieses Ergebnis quasi als Kehrseite und Konsequenz des Glaubens an den Menschen und seine Möglichkeiten. Auch die Möglichkeiten zum Guten. Was sich da verändert, ist eben dies, dass man möglicherweise meint, alles selbst leisten zu müssen, aber gar nicht sieht, wie viel einem durch andere Menschen, durch Institutionen, durch die Gesellschaft und letztendlich eben auch durch Gemeinschaften geschenkt wird. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Impuls, der da auch gesetzt wird, denn wir könnten eigentlich viel mehr und besser denken, glaube ich, als wir es tun, als wir uns zumuten, auch wenn es darum geht, gesellschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, Politik nachzuvollziehen oder mitzugestalten. Da verläuft so vieles über Gefühle, aber letztendlich könnten wir da auf einem ganz anderen Level eigentlich miteinander umgehen, miteinander kommunizieren. Also ich bin da nicht neidisch, aber ich finde es schon spannend, dass andere Leute da ihre Ruhe finden können und ihre Sicherheit und ihren Glauben. Und ich aber die bin, die dann immer schon das mit sich selber alles ausmachen muss und auch weiß, sie ist sozusagen für sich da verantwortlich, für ihr Handeln verantwortlich. Ich weiß nicht, ob es anstrengender ist. Ich habe den Vergleich ja nicht. Aber ich finde es, also ich finde es nicht schlimm. Das gehört zu mir ja dazu. Hat das Leben einen Sinn? Die Frage ist vielleicht nicht so leicht zu beantworten für Säkulare. Aber natürlich haben Menschen wie Anne Kitzerow und Moritz Fröhlich auf sie eine Antwort. Natürlich hat das Leben einen Sinn. Also spätestens, wenn man ein Kind hat, weiß man, dass das Leben einen Sinn hat. Global gesprochen hat das, glaube ich, keinen Sinn erstmal. Klingt vielleicht ein bisschen deprimierend, ist aber auf der anderen Seite, wenn man den Sinn vielleicht nicht unbedingt im Globalen sucht, im Großen, Ganzen, dass da irgendwie noch mehr sein muss und wir irgendwie alle total bedeutsam sind, sondern vielleicht einfach, man den Sinn einfach nur darin sucht, dass man versucht, für sich selbst irgendwie ein schönes und ordentliches und anständiges Leben zu führen und auch vielleicht irgendwie für andere auch eine Bereicherung zu sein, dann ist das vielleicht schon sinnstiftend genug. Der säkulare Lebenssinn mag nicht auf etwas Transzendentes gerichtet sein, auf einen Gott, eine jenseitige Größe, ein übergeordnetes Prinzip. Aber auch wenn jemand sein individuelles Leben als zufälligen Ausschnitt des biologischen Kreislaufes versteht, ist dieses Leben wertvoll. Es ist von Werten geleitet und damit ein sinnerfülltes Leben. Das Bestreben danach, ein anständiges Leben zu führen, eint die Menschen, ganz egal was und wie sie glauben. Der Philosoph Ronald Dworkin hat das so ausgedrückt. Weil wir sterblich sind, glauben wir, dass es einen Unterschied macht, wie wir leben. In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute, was trägt die Werte der Atheisten. Humanismus, Evolution und der Ausgang aus der eigenen Unvernunft von Kirsten Dietrich. Es sprachen Hildegard Mayer und Tom Jakobs. Technische Realisation Jens-Peter Hamacher. Regie Michael Wehrhahn. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2019. Redaktion Gerald Bayroth.